So, jetzt wird das Spielreflex unterwegs. Es dürfte heute besser werden von der Qualität und auch vom Sound. Wir haben heute einiges vor. Und was wir vor haben, erzählen wir euch unten, wenn wir in der City sind und dann am Laufen sind. Also bis dann. So, und jetzt sind wir hier in der Lobby. So, selbst in New York gucken die sogar noch, wenn jemand mit so einer Kamera rumläuft, ist sogar hier nicht so bekannt. Da fühlt man sich direkt cool rein, oder? In Deutschland fühlt man sich uncool, weil man denkt, oh Gott, was denken die ganzen Leute? Aber hier denkt man so, wenn einer in New York guckt, dann heißt es so, krass, wer macht was sonst noch? Wer macht sowas? Wer macht denn sowas? Was für ein Typ? Okay, jetzt gehen wir hier raus. Hier ist die Lobby nochmal im Hellen. Jetzt sind wir eigentlich zum ersten Mal alles im Hellen, ne? Ja. Und das ist hier der Roboter. Wer ist er? Robot. Wenn man hier Gepäck dalasen möchte, dann macht er das für einen und schiebt es da in die Regale rein, wie ihr seht. Wer braucht noch Arbeitskräfte? Denn aus dem Grund mache ich YouTube. Kann man nicht ersetzen. So ein Roboter. Hallo, guten Tag. Heute gehen wir nach New York. Wir haben ja auch mit den Gepäck. Gibt es sogar hier, die macht das. Bestimmt. Okay, 10, 10, 10, 10. Also, wie ihr seht, die Leute sind alle mega cool, mega nett. Immer hallo, guten Morgen. Was geht ab? Was bleibt dran? Wollange müssen wir jetzt, Carlos? Wir brauchen jetzt den? Lass schon mal gucken. Die Mehl drauf. Müssen wir mal gucken. So müssen wir gucken. So stehen wir gerade. So. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal nach links. Bis zur 23. Das sind gut 20 Straßen. 20 Blocks. 20 und zur 15. 20. Ach übrigens, hier hupen wir richtig gerne. Das ist uns auch gestern aufgefallen. Ey, die ganze Zeit einfach am Hufen. Egal was geht. Hier wird gehuft. Die Dinger hier, die ihr hinter uns seht, das Essen, das ist irgendwie so eine Kette, die gibt es in jeder Ecke. Ähm, ja, ist ein bisschen bewölkt heute. Aber trotzdem. Wir können jetzt eigentlich mal erzählen, was machen wir heute? Wir fahren jetzt mit der Metro zum World Trade Center Memorial. Weil das die letzte Station ist. Und dann haben wir uns vorgenommen vom World Trade Center. Wollen wir dann einfach Richtung Wall Street laufen. Und dann uns mit der Fähre die Statue of Liberty angucken. Ja man, die Freiheitsstatue. Richtig geil. Ich kenne sie noch. Aus der Zeit von GTA. Ganz als GTA. Und er natürlich auch. Also wer das kennt, ist es ein Spiel auf Playstation. Okay, ihr Lieben. Also, wir machen jetzt weiter. Bis dann. So Leute. Und weil ihr auch immer wieder was lernen sollt hier auf den Videos. Glaubst du bei mir? Ähm. Was wir haben gestern rausgekriegt. Bei Ausweisen. Wenn ihr ein Ester schreiben machen wollt. Also sprich damit ihr. Wie heißt das? Damit ihr rein dürft. Einreiseformular. Einreiseformular. Auf den Passnummern. Die ihr immer einträgt. Gibt es nie ein O. Das sind immer Zahlen, ne? Null. Immer Null. Immer eine Null. Also O's gibt es nicht bei Passnummern. Weil das ist oft das Problem, dass Leute ein O eingeben und dann am Flughafen sind. Guten Morgen. Ähm. Dass die Leute ein O eingeben und dann vor Ort am Flugschalter nicht ihre Ester Einreisegenehmigung bekommt. Weil das was ihr im Internet macht, jeder kriegt eine Zustimmung. Die richtige Entscheidung passiert erst am Flugschalter, wenn ihr das Ticket bekommt. Also noch wieder was gelernt. Immer eine. Null. Null. Picks. So. Jetzt sind wir hier. Das erste Mal. Das riecht ein bisschen. Ja gut, das ist ein Fahnen. Auf dem Weg zum Metro. Oh, das ist rutschig. Rutschig auf alle Fälle. Ah, ein Baby-Dog. Schau. Süß. Hallo. Eine Metro-Card. Wir bekommen es hier von dir? Wenn du mit Geld hast, kannst du es hier kaufen. Wenn du mit Geld hast, kannst du es hier kaufen. Mit Geld bitte. Okay. Wie funktioniert das? Wie viele Tage sind wir hier? Wir sind hier bis zum Dienstag. Aber ich denke, wir brauchen es nur bis zum Dienstag. Was sagst du? Oder... Wollen wir frei? 26. 26 Dollars sind 10 Fahrten. So, jetzt haben wir die Fahrkarte. Das ist eine Prepaid-Karte. Das ist eine Prepaid-Karte. Ja. Ja. Prepaid-Karte. Fünf Fahrten. 13,50 Dollar. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Here we go. Wir sind in Metro, Baby. Alright. Hier ist die Karte. Jetzt haben wir noch vier Fahrten, ne? Ja. 습니까. Musik 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 Was sagst du? Ich hab mehr verrückte. Aber das geile ist, hier kannst du filmen, das bockt keinen, weil die alle gewohnt sind den ganzen Scheiß. So cool, also hier fühl ich mich wohler beim Vloggen auf alle Fälle als ich da in den Kidsbüde oder so unterwegs war. Oder in Deutschland. Ja, jetzt gehts Endstation ins World Trail Center. Mal gucken, wie es weiter geht. Bis dahin. So, hier sind wir jetzt angekommen. Was ist der Name? Westfield. Westfield, danke. Was ist der Name? Westfield. Ihr Name? Ba. 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 Okay, danke, danke. Nice to meet you. Nice to meet you. What country are you from? We live in Germany. All right. But we're Spanish. That's good. Espanol. Oh, that's nice. So, what team you like? From Madrid or Barca? Barca, Barca. You Barca? Oh, no. We're Cristiano Ronaldo. No, we're friends anymore. Oh, we're friends, we're friends. No, I'm joking, joking. I'm Manchester United. Manchester? Yes. Ah, good. That's Cristiano Ronaldo. That's why, eh? We take the steps. A little bit of sport. Carlos hat gestern Chorizo Burrito gegessen, dann muss er weg. 1200 calories. Nur ein Burrito, 1200 calories. Nee, du hast vergessen, du hast ja noch... Malzbier und Dr. Pepper. Okay, let me show you this one. Wow. You see this building? Yes. This is the war wolf building. This? Yeah, not the first one, the second one. The second one? Yeah, I'll show you another building also of interest. But you see this church? Yes. This is the St. Paul's church. St. Paul, okay. When everything falls down, nothing happens to you. Really? Where was it where it falls down? Right there. All the buildings are right here. So here was the waterfalls here? Yes. Crazy. This is the number two building. See this one? This is the Freedom Towers. Right there, the new World Trade Towers. Yes. The memorial is right in the corner over there. Okay. Where you see the building. And there is a building also here. That's what we call... Let me show you. Okay, we come with you. Thank you. So, we're going now to Memorial. And... Yeah. Voll krass. There is the church. The church. There is nothing going on. It's crazy. Everything went down. Here, completely. Here. And the church. There is no matter. It's really cool. Läuft! Toppen! Also die Pools, die wir uns anschauen, die stellen genau das Gebäude dar, was vorher da stand. World Trail Center 1 und World Trail Center 2. Let's go! Es ist ganz schön windig hier. Ein bisschen, ja. Aber 14, 15 Grad oder so ungefähr. Und hier haben wir jetzt einen Pool. Hier schaut das Riesengebäude. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Und hier stehen alle Namen aller Menschen, die gestorben sind leider. An diesem Tag. Auf der Platte. Das ist echt verrückt groß. Das sieht man auf der Kamera gar nicht so. Ja, wobei doch. Man sieht ja die Hand. Hier geht's Richtung Washington. Hier ist Ladder 10. Feuerwehr muss raus. Die waren anscheinend auch damals hier am Start. Haben wir auch gerade gesehen. Einige verstorben bei dem ganzen Start. Auf das World Trail Center. Mir ist aufgefallen. Hey, die Leute sind saukool hier. Offen sprechen mit den Leuten. Hey buddy, was ist los? Das ist total cool. Und erst mal aufgefallen, warum sie Leute in Amerika so und warum in Europa nicht so. Die Leute, die sich getraut haben auszuwandern und in ein ganz anderes Land zu reisen, zu fahren mit dem Schiff. Anderes Kontinent. Sind ja Menschen, die sich etwas trauen. Macher. Also haben die ihren ganzen Kindern schon beigebracht. Von klein auf. Hey, trau dich. Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Und das gibt's natürlich in Deutschland nicht. Das ganze Kleinreden. Und trau dich nicht. Und du, dafür bist du gut. Und hierfür bist du gut. Aber mach bloß nicht zu viel. Und das ist echt interessant. Deswegen fällts auch auf die Leute hier in Amerika. Also jetzt wollen. Ich kann jetzt über New York sprechen. Ich war einmal auch in Florida. Sind einfach offener. Easy. Die machen einfach. Die machen das, was sie fühlen. Und deswegen fühle ich mich hier so wohl. Also. Bis später. Und hier ist Mordor. Das ist wieder Black Tower. Aber das ist richtig, richtig schwarz. Das ist Black. Wie ich. Nicht. Das ist um 10 Uhr morgens zum Frühstück ein. Hotdog. Natürlich Veggie. Nicht. Oh, cool. Postkarten. Und hier wieder eine Kirche mittendrin in der City. Okay, wir haben eine kurze Challenge. Das erste haben wir ja schon geschafft. Und zwar haben wir uns das World Trade Center Memorial angeschaut. Die zweite Sache, die wir gucken wollten heute war. Die Wall Street. Genau. Und zwar das Stock Exchange. Building. Building, genau. Die Börse. Die Börse. Auf Deutsch. Gartlos meint, wir sollen jetzt hier runterlaufen. Schauen wir mal. Wir sind hier an der Kirche. Wie heißt die? Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Und hier ist John Watts als Figur abgestellt. Und man ist mitten in der Stadt. Mitten in der City. Krass. Und hier ist so ein altes, krasses Gebäude. Ihr seht es ja hier so hinten. Hart. Also richtig cool. So. Dann gehen wir jetzt zu Wall Street. Geld schläft nicht. Genau. Geld schläft nicht. Wir holen uns einen Kaffee. Das ist unser Frühstück Ziel. Mit einem typischen Bagel. Aber das kriegt ihr auch noch mit. Zu Wall Street. So. Wir laufen jetzt doch rein. So. Wir haben Wall Street gefunden. Und den Stoppage. Das ist New York Stoppage. Da oben steht es. Und man kommt nicht rein. Wie ihr seht. Alles ist hier zu. Aber wisst ihr was? Ich frag einfach mal. Ich frag einfach mal. Live. Für euch. Sorry. Alle hier stehen hier. Ich warte hier für euch. Ist es eine Möglichkeit zu rein gehen? Nein. Das ist seit 9.11 Uhr. Seit 9.11 Uhr. Keine Chance. Nein. Nein. Ich komme aus Deutschland. Und ich liebe die Stock Exchange. Dann kannst du rein gehen. Ja. Es ist nicht alles. Es ist sehr kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Okay. Weil das Check-In und was auch. Ja. Danke. Danke. Du auch. Danke. Danke. Also seit dem 11. September darf man nicht mehr hier einfach reingehen, weil es zu stressig wäre, alles hier zu besichtigen. Also man muss hier Kontakte haben, um reinzukommen. Aber immerhin vorm Gebäude waren wir. Nur die großen Aktien. Und alles abläuft. Und da ist auf einmal. The Trump Building. Wir wissen jetzt nicht, ob es die Tower ist. Das können wir jetzt nicht einschätzen gerade. Aber hier überall Barrieren, wie ihr seht. Und guckt mal nicht mehr rein seit dem 11. September, ne? Crazy. Ne? Seit? I don't know. Cut los least. Okay. Also es ist Trump Building, nicht Trump Tower. Heißt, hier geht man nicht hoch. Das machen wir dann bei uns in Uptown. Und warum heißt Uptown und Downtown? Es ist so, Uptown heißt, die Zahlen werden höher, wenn man die Straße Uptown geht. Und Downtown werden die Zahlen kleiner. Das ist der Grund Uptown und Downtown. Wieder was kleines. So, endlich mal was Besonderes. Ich kann mir hier ein bisschen Zubereiten lassen. Also, wir haben Apfel, Apple, Spinach, Ants, Kale, Strawberries, Blueberries, Banana, Banana. Banana? With water. With water. Okay, cool. Sounds good. Hehehe. 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 Wo ist die Fähre? Wo denkst du ist die? Links rum. Da links? Rechts rum. Nee, warte mal. Wenn hier auf die Brooklyn Bridge ist, dann müssen wir rechts rum. Echt? Da, wo das Schiff abfährt vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich hab ja einen Smoothie gehabt. Gesunden Smoothie. Der war richtig, richtig lecker. Ich hab grad ein Zehntel von diesem Protein-Riegel gegessen und ich fühl mich jetzt richtig aufgepumpt und bereit für den ganzen Tag. Das wisst ihr gar nicht, ich hab noch eine Protein-Riegel gekauft. Jetzt wisst ihr. Er hat ein Stück davon abgekommen wie hier. Guck mal, was für Arme. So ein Stück. Was für... Wie ist Klotz ey. So. Ladies and Gentlemen. This is Harry. Harry. And Carlos also here. Hi. Thank you very much for the recommendation for the... Statue of Liberty Cruise. Statue of Liberty Cruise. So guys... Ah, ich spreche in Englisch, aber in Deutschland, sie verstehen Englisch. Okay. If you want to make a trip, perfect trip hier. Yes. Perfect trip. Good price. Good price. Good price. You get a discount. Great. Take care. Bye. Enjoy guys. Bye bye. Ich kenn die alle. Spanien handeln die auch immer gerne. Immer Luki Luki. Die Welt ist ein großer türkischer Bazar. Oder amerikanischer. Wow. Da sind sie geflogen. Woadi. Boo. Die Feuerstreich. Die berlinle. Sie sehen hierbei aus. politics. Ja. Frau. omega. Phro bis. Buben. Das war schon. Okay, den Moment muss ich mit euch teilen. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt heute. Und zwar den, ey wir sind in New York. Manchmal vergisst man das voll. Und dann gucken, weil man guckt dann so zum Beispiel jetzt so in die Richtung, ja, und dann denkt man so, okay, das ist doch nicht Frankfurt. Weil das ist ja nicht alles. Man guckt jetzt hier so drüber, denkt man so, krass, aber dann dreht man sich rum, dann geht man einfach weiter. Also ich glaube, das hat sich gelohnt, dass wir das hier auf diesem Tour genommen haben. Die haben nicht die normale Fähre genommen, die die Einheimischen nehmen, weil die es nur zum Transport, zum Rüberbringen auf die andere Insel, zum Arbeiten gedacht. Das hat man fährt nur zu schnell dran vorbei. Und hier haben wir so ein bisschen eine Rundfahrt. Ja. 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 So I met here, Chapier. What's your name? My name is Sidhu actually. I'm from Africa originally. Wait, what's your name? Sidhu. Sidhu. Yeah. That's close to Spain. I'm in South Spain in Africa. Morocco is very close. So nice to meet you. Nice to meet you too. So you live in Texas? Yeah, I live in Texas. And for yours also. This is my first trip actually in New York City proper. People in New York and people here, people in Texas are way different. It seems like a little bit rude compared to Texas. Texans are so polite. They will say thank you. Here, you pick something from the floor and then give it to somebody. They won't say thank you to you. I'm serious. I don't know. I have another experience yesterday. Oh really? Everybody, hey. What's up everybody? Yes, very nice. But we both like this. Oh, it's a beautiful city. It's a beautiful city. There you see it. I love it. I love it. There it is. I love you guys. Thank you. Thank you very much. Just with me. High five. So, and let's go on. This is the Brooklyn Bridge. This is the Brooklyn Bridge from New York downtown to, of course, Brooklyn. Great. Yeah, the Brooklyn Bridge. We make a photo. Just a second. So. So, and now we meet also this beautiful wife. What's your name? Lissendris. Lissendris? Uh-huh. Lissendris? 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 Sidhu? Yes, sir. Sidhu? Lissendris? And Daniel. And my camera was a little bit... Okay. Cool. Let me take a picture. Oh, goodness. Oh, goodness. Oh, goodness. Oh, goodness. Yes, sir. Now we're arriving back. Auf Deutsch. Wir kommen jetzt zurück. What is it? Wir? Wir kommen. Kommen. Zurück. 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 Jawohl. And here we are. Zuck. Hey, man. Was sagst du zum Trip? Oh, da lang. So. Ja, war schon was Besonderes auf jeden Fall. Und kalt, he? Ja. Also, es ging eigentlich auch. Ich hab mir das schlimmer verlegt, denn mit der Übelkeit und so, aber... Boah, mir war auch echt kurz übel. Am Anfang war es... Voll übel. Aber es geht dann, also mit der Zeit. Was wollen wir jetzt machen? Wir haben jetzt unsere To-Do eigentlich für heute... Wir haben mehr geschafft, als wir machen wollten. Erledigt. Noch nicht. Also, im Kopf war ich schon weiter. Ja? Brooklyn? Ja. Was essen? In Brooklyn? Ja. Wir haben uns überlegt gehabt. Das sind jetzt auch zwei Pläne gewesen. Einmal in Brooklyn. Wir wollen über die Brücke gehen. Und eigentlich wollten wir bei Nacht zurücklaufen. Also, das war der Plan. Und direkt hier... Unten dran was essen? Unten dran. Da gab es irgendwas, was auch nicht schlecht gewesen sei. Also, haben wir jetzt beim Rausgucken halt gefunden gehabt. Genau. Wir überlegen jetzt noch mal kurz und dann sehen wir einfach weiter. Erst mal gehen wir hin, wo es warm ist, ne? Ja. Weg vom Wasser. Weg vom Wasser. Bis dann. Und hier haben wir Mr. Benjamin Franklin gefunden. So, die Emotionen müssen wir aufnehmen. Bei unserer Tesla Challenge, wer die meisten Teslas findet, habe ich den ersten gefunden. Ach, wir spielen das noch. Ich dachte, das war nur ein dummes Spiel. Ach so, ach so. Wir spielen. Wir gucken einfach so auf das Gag, wer die meisten Teslas sieht. Weil wir ja hier in Amerika sind. Carlos hat gestern einen gefunden. Der sucht wieder. Und ich habe gerade einen gefunden. Der ist irgendwo da hinten jetzt, aber... So, und wir laufen jetzt die Brooklyn Bridge rüber. Nach Brooklyn und dann essen wir was in Brooklyn. Klingt komisch, oder? Klingt irgendwie cool. Hey, gehen wir nach Brooklyn essen, oder? Ich muss gucken. Ich kann nicht reden. Er sucht einen Tesla. Hier Längeers. Wohooo! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir wollen jetzt zu Shake Shack gehen und zwar gibt es da ganz, ganz berühmte Burger, hoffentlich auch Veggie Burger, ansonsten esse ich Pommes. Wie gesagt, Cheat Days, 5 Cheat Days, heute ist Tag 2. Trotzdem laufen wir viel, ich glaube heute haben wir schon, muss mal gucken. Ah, man erkennt viel. Super, da ist es auch. 14.718 Schritte heute und wir haben jetzt wie viel Uhr? 15 Uhr. 15 Uhr, also ich sag euch. Wir sind um 8 Uhr aufgestanden oder so und das ist auf alle Fall nicht gut so viel brennt. Morgens mache ich trotzdem ein bisschen Workouts, so 10, 15 Minuten. Aber trotzdem, dieses ganze Brot und so, das ist halt ohne. Aber hey, einmal New York, einmal Brooklyn, einmal Amerika. Hier sind wir jetzt in Brooklyn. Und jetzt gehen wir zu Shake Shack. So, wir haben's. Shake Shack. So, wie versprochen, nochmal ganz kurz für euch, dass ihr das Essen seht und dann esse ich jetzt aber auch ein genug gefilmt heute. Vegetarierliche Maschroozer. Servietten. So, jetzt gibt's noch einen kleinen Kaffee, einen Cappuccino, Soja-Cappuccino natürlich wieder. Leider gibt's hier keine Mandelmilch oder auch Hafermilch, aber besser als normale Milch. Hier haben wir einen Starbucks wieder. Die Kette ist ja meistens verbreitet. Und ja, und dann geht's Richtung nach Hause, Brooklyn Bridge zurück, Richtung Skyline. Wir sind gespannt. Bis dann. So, der Akku macht gleich alle, aber, ähm, jetzt den Tag behalten wir jetzt langsam. Wir laufen jetzt von Brooklyn zurück nach Downtown New York und schnappen uns dann die Metro nach Hell's Kitchen, ne? Ja. Nach Hell's Kitchen, da wo unser Hotel ist. Und das wird jetzt bestimmt noch Stunde, Stunde dreißig, eineinhalb Stunden dauern, bis wir zu Hause sind. Und dann chillen wir erst mal. Also, ich mach jetzt mal aus, bevor der Akku ganz wegkommt. So. So geht's nach Hause. Aus Brooklyn. Das ist die berühmte Sicht, von der man so oft und gerne spricht. Okay, Leute. Wir beide sagen mal für heute Tschüss. Also, schön, dass ihr trotzdem soweit zugeschaut habt. Und, ähm, der Akku will gar nicht mehr mitmachen. Das war ein geiler Tag, oder? Ja. Haben wir geschafft als gedacht. Ja. Voll emotional. War der cooler Tag. Ja. Ja. Nein, Mann, war echt cool. Da hinten ist jetzt die Skyline. Ja. Ja. Und wir sagen? Tschüss. Bis dann. Nee, tschau. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.